Oliver, die Westland-Dokumentive, war aufgeregt. Er kriegte die Aufgabe, Besucher zu ein neues Haus zu fahren. Dieses Haus wurde von Oliver bei einem Unfall gefunden, denn in einer Nacht wurde er mit dem Postzug auf die falsche Strecke geleitet und krachte in einen Lockschum rein. Der dicke Kontrolleur hat ihn gesucht und ist dabei auf das alte Haus gestoßen. Und jetzt, nach der Renovierung, werden da Besucher hingebracht, um zu essen und zu übernachten. Die Idee war bis jetzt ein voller Erfolg gewesen.